es ist mal wieder zeit sich schick zu machen es ist mal wieder zeit sich ins traumschiff zu stürzen nicht zu florian silbereisen nein zu privateer uber menschlich und ja ich bin gerade ziemlich frustriert denn es gab ein update auf die dos box aufs gog und ich habe dummerweise daneben geklickt und ein update auch auf privateer gemacht und die steuerung ist komplett hin und ich habe jetzt über eine stunde gesessen und versucht diesen joystick wieder einzustellen ich krieg's nicht hin er geht soweit ja aber die tastatur belegung ist nicht mehr so vorhanden wie es vorher war einstellung überschrieben nicht abgespeichert ich bin frustriert deswegen gehe ich jetzt rein und zerschießt leute aus frust so wie man das macht genau so wir sind in der parry naval base und wollten mit der guten goodwin sprechen gutin da ist sie und hier weitermachen was denn quite a while yes it has power you captain goodn the navy's been treating me pretty good in fact i think i stand a good chance at promotion next month how's the privateer business i was taking an extended vacation but it got cut short someone ripped off my stealth tech gun sounds like a serious blow do you know who not yet that's what i'm aiming to find out well i'm afraid i don't have any info about stolen guns i know i'm actually looking for work i understand you guys have been giving a lot of contracts to privateers lately that's certainly true with our forces spread so thin we need all the help we can get as a matter of fact i do have a mission for you kilrathi activity has increased steadily in the last year many of our border bases are having a tough time of it niter an agricultural base in the niter is currently being harassed by the kilrathi fly there and defend it from killrathi attack then return here for 10.000 not much but it should be pretty smooth sailing good okay see you soon also ich bin mit dem sound auch nicht zufrieden das rauscht gerade so ich weiß nicht ob das an godwin liegt oder so aber ich bin nicht zufrieden gerade überhaupt nicht irgendwas ist ganz ganz schief gelaufen so wir müssen nach niter und eine base defend und das machen jetzt auch einfach straight forward das funktioniert so gas geben gas geben nicht hier wo ist es da ist es weiter weiter wir aktivieren noch ein paar waffen gleich vollgas so und jetzt müssen wir hier wieder umschalten waffen sind an ab geht's ja hat uns jetzt bin ich nicht rausgekommen wo uns wissen wir uns nicht so gut unangenehm muss man wieder ein credit zahlen damit wir hier abgedatet werden ok wie gesagt ich bin etwas frustriert deswegen rede ich wahrscheinlich auch nicht so viel oder nur böse sachen könnt ihr euch ausruhen wir sind auch noch mit dem liebsten wir sind auch noch mit dem liebsten Ich habe auch aus Versehen, glaube ich, eine Rakete abgefeuert. Das sind die neuen Einstellungen. Ich bin noch nicht zufrieden. So, wir müssen nach 9.5. Ab geht's. Dann haben wir auf dem Rückweg hier keine Probleme, wenn wir das erledigt haben. Ich merke schon, ich habe die Tastatur umgelegt. Ich habe das I für das Anschalten des Vorhalte-Systems auf die Kaste gelegt, wo eigentlich die Raketen waren. Deswegen schalte ich das ab und zu mal aus, wenn ich eigentlich eine Rakete abfeuern will. So. I am better human, yet unbeaten. So. Mission ist erledigt. Deswegen können wir wieder zurück ins Parry-System. Machen wir doch gleich. Versuchen wir mal ein bisschen schneller hier durchzuziehen alles. Das ist es. Das ist es. Man feuert einfach was ab. Wo man nicht will. Weil ich eigentlich mir die Destination anzeigen will. Aber ich habe keine Ahnung, was da kaputt gegangen ist. Never touch a running system, Leute. Don't call me dead. Don't call me daddy. Don't call me daddy. Ich muss dringend meinen Rekord löschen lassen, ey. Und zwar kann ich so wie ein Blöder alles niederballern, aber das kann ja auch nicht in der Sache sein. So. Chip-Dealer. Repair. Ein. Kostet uns das wieder. Ja, ja, volumen. Ihr Raketen-Hauer verballert. Vier Stück. Wir speichern unter LP1 und gehen fix in die Bar. Das ist völlig übersteuert. Alt-O-Option. Wollen wir hier irgendwas machen mit dem Sound? Keine Ahnung. So, wir müssen irgendwo hin. Charon, Miningbase in Heides System. Gegen Kerasi verteidigen. Aber klar, machen wir doch. Hm, hm. Das ist schon weiter weg anscheinend. Heides System, also nach Soutour, Point Charlie. Soutour und Point Charlie. Oh. Ah, ich habe noch keine Waffen aktiviert. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also, 2 verhindert Unless we get some help, we're finished Das haben sich ja schön wieder ausgedacht Dass ich in die reinfliegen muss Also, weiter geht's Wir waren noch gar nicht in Sutor Oh, das war hier immer noch drin Halt Richtung geflogen, war ich noch nicht da Ich muss dringend meine Sklaven loswerden Die ich hier irgendwie an Bord hab Vielleicht muss ich den doch mal Zwischenhalten in der Mining Base So, Sutor Sutor Und es ging weiter nach Vielleicht hab ich's mir gemerkt Genau, Locate Point Charlie Völlig übersteuert Was ist denn da los? Ich hoffe, am letzten Letzterer hab ich das behoben Mayday, we've sustained massive damage Das war wirklich massiver Ich mein, ich würd die Konzels gar nicht angreifen Normalerweise würd ich die gar nicht angreifen Aber die sind halt an meinem Jump Point Und ich würd da einfach durchfliegen Normalerweise Ist das nicht auch so ne Raver Party Mayday Oh Ich bin, 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 ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt komm schon Ich muss auch noch Garazis bekämpfen Ich muss auch noch Garazis bekämpfen Ich muss auch noch Garazis bekämpfen So, lang genug gewartet Irgendwo muss doch jetzt auch bestimmt hier so ein Asteroidenfeld kommen, oder? So weit draußen Da ist Heides Ja, das ist Heides Das sind wieder diese nervigen Dinger Aber diesmal gehe ich da durch Die brauche ich nicht bekämpfen, die Konfets Schnell weiter Es sind Retros, ich muss die fertig machen Ich nehme mich mit Und dich Ich nehme mich auch mal Das sollte reichen Das sollte locker reichen Giraffe Wir sind noch nicht mal in der Nähe von Heides Und dann noch vier Stück Wer mich so stark errammt Hat es nicht anders verdient Den habe ich aber auch noch nicht richtig getroffen Jetzt aber Das war ein grober Fehler von dir Ganz grober Schnitzer Ja, fünf jetzt Okay, kleine Kätzchen Was macht ihr hier Was macht ihr hier Was macht ihr hier Boah, wir schauen Du bist doch schon fast tot Gut, dann haben wir dich hier noch weggerammt Auch okay Und der letzte Boing Da sind wir wohl durchgeflogen So schnell bin ich doch gar nicht unterwegs Und das ist die neue Taktik Von denen wir Ohne meine Meine Panzerung wegzumachen Um dann Auf meine Front zu schießen Mit dem Flügel Die Front des Gegners wegmachen Da ist er Sharon No, ey, Konfett Ich musste gerade gegen eure blöden Gegner kämpfen Weil ihr Hier rumeiert Lasst mich mal in Ruhe Ich muss Managed treffen Ansonsten Ist das ja Katastrophe hier Ab nach Sharon Okay Mal weichen noch auf Ich bin jetzt nicht gewohnt Dass wir so schnell sind Autsch Da schicken wir uns zwei Raketen hinterher Okay Und ich fliege wirklich ganz wenig Nur gerade mit Mit Afterburner Und trotzdem erwischen die mich immer Wie blöder Oder ich rase in die Reihen Meine ich damit Ich bin jetzt Gut, na dann gehen wir mal auf die Mining Base, verkaufen unsere Sklaven und speichern alles verkaufen wir haben hier nichts zur verfügung na dann speichern wir unter LP2 und auf geht's aber up in the way noch charlie ich kann fliegen, trotzdem musik mal gucken naja, komm mal her das waren nur zwei kleine treffer schnell zurück oh god, der hat echt die besten Aufträge hier wie weit muss ich denn da sprengen seid ihr denn Piraten? eigentlich sind wir so schnell, dass die echt Tom feuern können ich sehe gerade, ich kriege gar nicht Vollgas sehr schön, ja, da, genau da hinten bollern das ist nicht gut das ist nicht gut nothing for us at all das ist nicht gut ich sehe gerade, ich sehe gerade dass die Säge sind die Säge sind und das ist nicht gut wie weit er ist Ja, mit der Geschwindigkeit ist das gut, da komme ich durch, da muss ich die nicht immer niedermetzen. Ihr wisst, dass ich dead bin? Du spinnvater? Meine Güte. Solltet ihr nicht lieber sagen, you are a father? Naja, wer bin ich, dass ich die Militia oder Confids hier irgendwie, ach, das war Militia. Danke, aber wir töten dich trotzdem. So, safe, WP3, safe, wir gehen in die Bar, zu Miss Gooden, danke. Was für schlechte Bezahlung. Also nach Neukaledonien sollen wir und dort alle Navpoints patrouillieren. Das kann man natürlich easy peasy tun. Neukaledonien waren wir auch schon. Das ist in der Nähe von der Piratin Basis von der Taylor. Wir müssen mal gucken, wie wir da hinkommen. Da drüben, über Nexus. Tingerhoff. Okay. Wo ist Tingerhoff? Da ist Tingerhoff. Super. Maximal Geschwindigkeit. Das Aktivieren. Das Aktivieren. Das Aktivieren. Das Aktivieren. Die sind weg. Das Aktivieren. Wurde vielleicht von einer KI erstellt. Racial Profilung. Da, schon zum nächsten. Das ist der Karate. Die lassen wir jetzt auch hinter uns. Wir müssen eure Kumpels umbringen, woanders. Woanders da wie. Boah, die sind ja direkt drin. Im Jump Point. Das ist schon gefährlich. Das ist schon echt gefährlich. Kapela war es da, oder? No? No. No. Da, da, da. Da rufe ich die Piraten, stürze ich auf ein Schiff. Das ist auch nicht wenig weit weg hier. Alright. Crap. Gut, dass wir überall Piraten sind. Oder Merchants, aber ich glaube es sind Piraten. Da ist Neu-Caledonia. Ja. Fuck. Das hätte auch übel ausgehen können. Ich muss mich erst mal hier orientieren. Ich würde eine Retros. So. Nummer eins. Und Nummer zwei. Habe ich gar nicht mehr mitgerechnet. Aber klar, muss man ja mal ein bisschen aufpassen hier. Neu-Caledonia. Zwölf, na los. Wann kommen wir da endlich an? Das war eng. Da war eine Menge Asteroiden. Geschafft. Ich lasse die jetzt liegen. Ich habe noch so viel zu tun. Ich habe noch so viel zu tun. Da sind wir. So, wir patrouillieren in der Nachbarn-Takterei. Das war einmal der Gegner und einmal die Rakete vom Gegner. Und drüber hinwegtauchen. Und drüber hinwegtauchen. Oder durchtauchen. Jetzt aber. Jetzt kommt. Sehr gut. Und dann müssen wir auf einem der Planeten landen. Das war einmal der können. Ja. 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 den haben das hat mir gefallen der war kurz und schmerzlos der mensch der retro nerf point 1 den habe ich auseinander genommen das ging echt ok im als patrouilliert glasgow oder edelberg die andere natürlich wir speichern unter lp1 hier gibt es sogar einen chipdealer das ist gut repair nothing sehr gut warum muss ich immer so weit den raketen scrollen ich habe keine rakete verbraucht ok aber ich habe ja auch nicht geballert gut na dann geht es zurück dann fliegen wir wieder nach parry also ob ich jetzt grab nehme oder sherwood ist egal nach capella das macht keinen unterschied ja noch zurück und dann würde ich sagen war es das dann habe ich drei missionen geschafft von der godwin die hat mich aber auch echt um die ganze welt geschickt jetzt 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 ich jetzt ich Na, nur zwei Retros umherkommen ist das gut. Dann kann man auch ganz entspannt die fertig machen. Trauer für die Humanität! Be the rat! Also heute habe ich echt keine Gnade mit denen. Hat er gesagt und dann lädt er durch. Sehr gut. Wir sind erst im Crap 12 System. Schon wieder auf eingefallen. Jetzt haltet ihr euch hier überhaupt diesen Cade auf. Das war knapp. Bisschen schnell, ne? Knapp über 300. So 45 über 300. Okay. Da muss nein, da muss nein. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. 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 Jetzt haben wir gerade ein kleines Problem gekriegt. Aber wir laden uns ja schnell genug wieder auf. Hier weigert sich aber auch das Sterben hier. Na dann, zerfetzen wir ihn mit unserem schweren Leib. Jetzt du auch noch. Nieder mit der Katze. Bisschen Killcount hochmachen, ja. Auf dich. Müsst ihr euch nicht lieber um irgendwelche Katzen kümmern? Da ist er. Hat euch gegenseitig gerade beschossen? Moin. Moin. Ja und die Überlegung irgendwann mal die Orion nochmal zu nehmen? Ich glaub nicht. Dieses Schiff ist auch stark genug. Hätte ich nicht erwartet am Anfang. Aber es ist halt echt krass, ne? Was wir hier haben. Wir speichern unter Ende und unter Anfang. Und das war's soweit. Fing gut in der Zeit. Perfekt. Nächstes Mal gäbe es hoffentlich besseren Sound wieder. Ähm. Aber ich weiß nicht, ob ich mich nochmal ransetze und diese Einstellung hier am Joystick. Das ist mir zu aufwändig. Genau. Bis dann. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.